nein macht auch nicht mehr schaden verstehe ich nicht hat er wieder erlebt gerade auch nö das auch noch jetzt wieder weg wo ist er jetzt nach fast tot kommt das ist das wieder zu tief von ihm aber ich hoffe mal nicht kommt schon ja gott werden sagen dass der wischung der schade gemacht sehr gut alter du das wird doch ein schwerer kam hier übrigens auch merkwürdig ich habe schon oft gemäckert hier das cloud seinen schwer zu komisch in der hälfte luft herwirbel ich vermute dass deswegen ist als autistisch authentischer aussehen soll aber wenn man sich am an die 6 sein schwert schwingt im kreis score der macht auch genauso wie cloud im original spiel geht also doch kann man das will hier kann es keiner auf der tb also hatte schon nein verdammt ich wollte das wird eigentlich heilen gerade das war nix kommt schon mach mal hier nur ist auch die sind das ganz schade und sind da los ja toll bin ich hofft was die bei hammer macht das liegt hier schade ich habe noch eine seite von fünf ich kann keine ich habe auch noch ein bisschen wandel ist nicht geil gerade aber wenn man analyse fällig bei den typen und dann am ende verlieren aber naja du hast eine cloud hat das gerade ja das darfst du das nicht sagt 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 ja lasse ich mal bitte auch toll da noch doch der westmann drauf bevor ich was anderes mache nein nicht pause maximale gut die verarbeitet was du machen musst wobei doch komm mach mal das und danach machst du darf ich sprengfausen jawohl das war doch ganz gut hallo wollen wir mal bei meinem atb weg gewesen befeilung wieder ist schon ähnlich oder krampfen wie gesagt das ist ja mal drei von fünf und aber bestehende schule 4 nicht mal 7 wobei ich glaube da bin ich ganz sicher dass man die super krassen posten alles hier und maximal level erst im jugend plus regulär erreicht da ja glaube ich kann man aber es ist nicht unbedingt leicht die ganze malen herausforderungen hier erst mit play to auch zu schaffen ich habe nämlich zwei geiler jetzt ist es recht dann hätte es bei das locken nein doch gelockt ja extra geblockt hier voll mit aua hast mich mal ich habe das stimmt weh hier das sagen nix da stirbt stift ja ich kann beschwören ja ich verlinke mich mit dem letzten boss auf eben weil ich nur so schwer ist hier wird spiellich leichter werden naja das verdammt falscher charakter wir machen jetzt doch mit dem angst durch jeweils welt weg das ist so zu trotzdem wie mich ehrlich naja komm gleich haben wir ihn jetzt ist er völlig gibt es doch wohl nicht jetzt aber aber ja zumindest geht die ep und alles schwierige kämpfe das ist ja auch verdammt falsche rückte ausweiten man muss alle damit treffen ich bin sehr wie geil ist jetzt die gegner analysiert und die wachs daneben schießt aber ich wollte das gerade ausschießen gerade jemand wo ich das haben wollte jetzt ja nicht das auch total doll da habe ich genau das haben wollte nur eingetroffen das ist unglaublich das kann sich überhaupt nicht hier im spiel einmal stehen die achten seiner das geht nicht jetzt hier stirbt stirbt aber der ist aber ein bisschen leichter wie es aussieht wie wir nicht verloren hat neben gerade war deutlich heftiger gewesen ja ich denke schon ok level hoch auch sehr schön nebenbei ja du schon wenn man soll so was das sind sie dann hat der vereine habe ich euch analysiert ja habe ich schon ich habe blitzkavier rein im sonne zb dazu ein ich meine ganzen herz ich war ja nahelie dass ich was wir brauchen werde alles nur besitzt nein was soll es jetzt habe ich natürlich nicht das war es dann das kennen wir ich war doch benutzt im ersten möglichen anlauf wollte ich jetzt also einmal zünden aber nix super dankes spiel aber es steigt nicht meine beschwöre leiste gerade an irgendein toll echt mega super klingstrahl da hat man auch irgendwas sinnvolles einiges bedrohung ich muss es gehen wir nicht so raus hin bei ihnen das ist nicht das geist was sie haben kann ich habe getroffen glaube ich halte ich sie gar nicht durch also fast totes gibt er gar nicht aber der 35 gegner war auch mal das schwerste von allen ist es aber weiter nicht übertreiben doch großartig was war eben eine heilung für uns alle sagt danke aber auch das feuer stoßen reich weiße schöne sache manchmal ach beschwörung wir haben ja keine feuer keine blitzbeschwörung aber was soll es nehmen wir uns doch was wir nehmen können da brennen die schweine guter mann dranbleiben rache da ich wollte den schockschuss machen stopp verwechselt selber schluss haben das mich mal da hat gerade was zu beschwören es der fähigkeit wir kommen auch ein jeder kaputt ich weiß es nicht scheinbar schon ist weg wie schmeckt ja das aber geiler chor dabei übrigens nur bei so nebenbei bemerkt ich zähle auf dich also muss man warten dann haben wir den hier sagt au hey er wurde gehalten ich glaube ich mach nicht mehr so viel hier oder naja irgendwie ich bin so raus ich bin nie drin gewesen okay naja egal geschafft und wir haben ep boost richtig gut richtig gut und jetzt ist es auch viel cool die nächsten sachen zu machen weil ich davon viel mehr xp kriege die frage ist ob der xp muss nur für eine person hält wahrscheinlich ja oder für die ganze gruppe ok dann habe ich das hier gemacht ach so jetzt verstecken ich bekomme mehr ja sie ist ja früher ap nicht ep ähm ok da steckt er hier schneller level auf das ok das haut hin das ist in ordnung mach mal ach schon ist auch gebeten neuerdings habe ich ganz vergessen autovieter war gerade praktisch das ist das hier brauche ich überhaupt nicht toxin ich bitte euch ähm wo haben wir es denn xp boost xp boost achso ist alles ausgelöstet da ah auch schon maximum aber 100 prozent 100 prozent aber es hat die frage hier steht erhöht die menge der im kampf gewonnenen erfahrungspunkte das heißt nicht jetzt muss ein charakter weil ich bekomme ja nur einen wert immer am ende des kampfes angezeigt und der schätze ich mal könnte für alle gelten was da natürlich sehr praktisch wäre so ich will ganz gerne trotzdem mit einem von euch jetzt blitz rein nehmen weil essentiell wichtig und so frost dagegen zumal ist auch schon auf maximum ist wie grad sicher dann brauche ich auch nichts weiter hm keine musik ist ein bisschen nervig irgendwie hm da ist auch schon auf maximum naja ist ja auch nicht verkehrt oder könnte ich vielleicht tp boosten ja ok feindes kann kann eigentlich auch mal wie bringt das denn eigentlich nicht nicht wirklich viel nutze ich ja auch nie erklärt aber was wieder fähigkeiten hatte als im kampf gewesen ist nicht wusste sie machen soll ja gewitter halt koppeln für den angriffen was da reinzunehmen dann wieder mal ein gegner kommen jetzt liegt dann wieder kein schwach dinge haben dagegen ist auch doof wir sind auch raus das mache ich doch sowieso nie das ist käse mache ich da ja was anderes ein du warst das die frage und was cool das wäre cool was ist denn cool ach komm kriegst du auch zumindest einen normalen blitz stehen brauche ich auch nicht in der kampf dinge ist auch klar haben sie erst ja gesagt das bringt hier nichts man kann jetzt klauen werde ich mir niemals merken aber ich glaube es war eine gute sache ach keine ahnung ich habe meine ganzen kombinationen die ich meinen leuten ausgerüstet habe den ganzen attacken überhaupt nicht im kopf als ewig her ist und ich auch im kampf aktiv nicht nutzer wollen wir jetzt auch ewig im spiel selbst eine lange zeit gekämpft habe bin ich auch so und so raus und ich weiß gar nicht was hier gut ist und was nicht echt unpraktisch aber naja vielleicht ein effekt das sinkt warum sinken da der flächen ich steppe ausgeweitet obendran aber dann links flächen sinkt das ist ja merkwürdig tp absorption das ja auch nicht verkehrt oder dann haben wir ein bisschen das mit rein in kombination mit mit schadler wäre voll gut aber ich glaube es haut nicht hin es leuchtet ja nicht irgendwie und platzieren das zu nie noch eher so weil gefühlt das wahrscheinlich öfter passieren dürfte egal einmal das gemacht und einmal noch ein kampf bitte ich will so ein kampf machen das ich muss jetzt aber auch aufpassen ich habe jetzt nicht nur alle gegen alle ich habe gar keinen mehr wo alle dabei sind das heißt ich muss auch gucken dass ich dann den der gerade kämpft mit dem xp boost ausrüstet jetzt hier dabei also damit verschärfen luftgegner manchmal klaut was passiert ich bin noch relativ sicher dass ich den schaden der typ er spielt auch noch mal die kämpfe machen kann ich nur jetzt gerade nein ob was mache ich jetzt als frosch toll echt hammer macht spaß ja sicherlich mal spezial gebrochen seines nicht es ist so blöd einfach weg springen so blöd im remake ehrlich oh ja trifft noch nicht mal damit hallo jetzt noch ich habe das weg ist aber toll ja mach mal was ich glaube es wird nichts mit einem einzigen charakter vergessen ja aber atb ist weg na klar ich war voll zu gesteuert aber ich habe das war ein aufergegeben gerade zu machen wer hat sich mal eine bewegung dafür gemacht trotzdem ist atb wieder völlig aufgebaut das system ist einfach scheiße liebe leute von sprayenix das ist scheiße ohne witz das ist einfach Mist gib ihm oh ey das wird auch nichts das war das war